Hallo und Willkommen zu einem weiteren Video. Mal wieder ein Flash-Video, kam ja jetzt schon etwas länger nicht mehr bei mir. Billiard mit einem Hurensohn. Wer ist das? Du. Hast du es gesehen? Nö, ich guck doch nicht, was du machst. Achso, ja umso besser. Ich will kurz am Anfang des Videos eine kleine Sache ansprechen und danach spielen wir ganz normal Billiard hier. Und zwar ging es um die Umfrage, die ich kürzlich mal hochgeladen hatte und es war etwas kompliziert. Also ich habe dann irgendwann einfach nicht gelistet geschaltet, weil, sagen wir es so, es war gleichstimmig. Es waren ja vier Projekte da und für jedes kam jeweils eine Stimme. Und deshalb habe ich dann nochmal privat mit jemandem geredet, der nichts wusste. Ich habe ihm einfach vier Zettel entgelegt und er sollte eins nehmen. Aber weil das irgendwie auch doofer, frage ich dich jetzt einfach Tales of Symphonia oder Final Fantasy VI. Einfach ohne nachzudenken, einfach antworten. Final Fantasy. Gut, danke, danke. So, dann wird es geklärt. Wie sieht es aus? Du hast noch keinen reingemacht? Du bist ja schlecht. Guck mal, das Problem ist, ich komme jetzt an meine Kugeln nicht. Seid ich mache das hier. Boah. Ich muss ja wieder cheaten. Deine liegen, na gut, meine liegen auch gar nicht so scheiße, aber du liegst immer so hin, dass ich nicht rankomme. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt leider. Guck dir das nochmal an, ich komme. Ach, bleck mich. Was hat er jetzt vor? Oh, 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 oh. Das war gut. Oh Mann, die liegen aber trotzdem alle scheiße. Das bin ich. Nie. Ich probiere es jetzt einfach mal so hier. Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Wow. Ich bin gerade ein bisschen... Nein! Ja, definitiv. Dankeschön. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Ja. Wie lange ist das her? Drei Tage oder so? Weil überhaupt... Ja, das kann man natürlich nicht zählen. Oh, weil mein Account gelöscht wurde, habe ich jetzt hier ständig diese Medaillen wieder. Ja, die letzte Runde, die beim EK aufgenommen wurde, kann der ja da auch mal vorbeischauen, ich weiß nicht, ob er die schon hochgeladen hat. Die lief eigentlich ganz gut, nur es war das Problem, dass ich dann ständig die 8 reingemacht habe. Aber ansonsten lief es ganz gut. Ja, ja. Ja? Ich weiß nicht, hast du das Video inzwischen schon hochgeladen? Nein. Ja, weil meins kommt morgen hoch, deswegen mach mal hin. Oder übermorgen, ja übermorgen am 20. Ja, okay, mach ich. Ich, ich mach hin, ja. Es kommt schon noch. Ja, will ich hoffen. Sonst ist das ja... Nein, ich schmeiß auf Müll. Hä, was? Ich habe dich gar nicht verstanden, tut mir leid. Meiß das auf Müll. Achso, ne. Das wäre ganz schön behindert von dir, muss ich... Ach, du hast die Vor... Ich dachte gar nicht, ich hätte... Ach, meee... Ah. Ich gebe einmal auf, ich habe gar meinen Mauszeiger auf aufgeben. Aber nein, will ich mal nicht so sein. Da lässt sich noch was drehen. Oh, oh, oh. Hätte ja klappen können. Na gut, obwohl so schlecht wie du bist, hätte es wohl doch nicht klappen können. Ich führe, du, du, du Flachzeuger. Ach, nicht mehr lang. Was war das denn jetzt? Hm, das lief nicht so, wie ich es wollte. Oh, deine Kugeln liegen einfach so gut. Ich kann das nicht fassen, weil die liegen immer so scheiße. Ja, okay. Nein, doch. Habe ich letztens ein T-Shirt gesehen. Nein, doch, oder was? Ja. Cool. Im Saturn. Im Saturn? Ja, im Saturn. Ich muss schon sagen, du bist halt ganz schön scheiße. Ich dachte gerade, du willst die ins Loch machen, Alter, was geht. Ja, scheiß drauf, wie ein YOLO. Sie liegen einfach so, Gottverdammt, scheiße, was ist denn das? Jetzt liegt die 13 gut, aber jetzt ist die weiße wieder weg. Oh. Na, so süß! Die ist halt... Ey, den kannst du machen, wenn du nicht ganz behindert bist. Ich seh. Oh Gott, die 8 schon wieder, Alter. Aber die 13 geht noch rein. Ja, ich weiß. Boah. Jetzt tu mal nicht so, als wär das gewollt, Tobi. Jetzt tu mal nicht so, als würdest du Skill haben, ey. Bitte? Ja, ich wollte nicht die 13 reinkriegen, aber ich wollte etwas reinkriegen. So viel Spaß mit der 3. Na gut, ob wir... Doch, das wird... Na gut. Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, ich aber. Kann ich jetzt nicht ganz so daigove. Oh. Das war wieder so knapp. Das gefehlt mir nicht. Siehst du, wie ich aufgeholt habe, weil ich so gut bin? Oh Gott. Oh Gott. Mann. Na ja. Warte kurz, ich brauche eine Sekunde. Good worked. Oh scheiß, jetzt kannst du die 3 immer so... Ach, leck mich doch, du Hurensohn, Alter. Die geht eh nicht rein, so wie ich mich kann. Ich weiß. Oh. Oh Mann. Oh. Nein. Ich hab gewonnen, ich hab alle reingemacht. Oh Mann. Ja, wir machen trotzdem noch ne Runde. Immer weil, weil halt. Weil, weil. Weil die erste mit der schwarzen war. So, das ist die Begründung jetzt fertig. Ich denke noch, ein Rechtsblick ist immer mit voller Wucht direkt. Okay, da ging gerne rein. Du hast die vollen, du Wurst. Oh, ich hab ne Medaille, was interessiert mich die Medaille, Alter. Leck mich. Also der war schon richtig krass. Ich weiß. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich weiß. Aber ich mir. Und wenn ich die Runde verliere, bin ich scheiße. Leck mich. Deine liegen aber auch schon wieder kurz. Ich mein, guck dir. Ich will nur auf die Elf gucken. Die liegen so perfekt. Und du verkackst. Ey, der war mehr Glück als Verstand. Bitte? Das war berechnet. Ey, natürlich. Hast extra dein Geodreieck ausgeholt, um die besten Winkel zu berechnen, um sowas zu machen. Ne. Aber ich wette, die Runde endet wieder so, dass ich die 8 reinspiele. Ich seh's schon kommen, Alter. Ja, die Runde... Wenn die Runde nicht damit endet, dass die 8 reingespielt wird, dann... Nee, ich mein, dass ich sie reinspiele, bevor alle anderen drin sind. Weisch! Kannst du mal meine 6 reinmachen? Hätte ich kein Problem mit. Da hab ich aber ein Problem mit. Nee. Och, jetzt legt... Jetzt legt der die... Alter, schau, Wuchtel. Ja, kannst du haben. Das ist mir lieber, als wenn du die Weiß... Ach, ach, was weiß ich, das ist mir fast egal. Mann. It's all steel. Ja. Ich bin so behindert manchmal, ich weiß gar nicht warum. Ja, ich wär nicht an die 6 gekommen, irgendwie so... Ach, verdammt doch, da kommst du jetzt gut an die 9 ran. Na, obwohl das... Na doch, scheiße. Oh ja, okay. Warum hoffe ich eigentlich noch, hä? Weiß ich nicht. Warum hoffe ich eigentlich noch einen Klau ans Leben? Weiß ich nicht. Oh, jetzt, jetzt, packt er aus. Hätte ja klappen können. So, mein Lieber. Jetzt mach mal. Jetzt mach mal. Jetzt gewinn mal. Jetzt gewinn mal. Okay. Werde gewinn. Ach, die 8 liegt doch so scheiße. Was ist denn das schon wieder? Oh. Ich mach dir fast nur die 10 ran, Alter. Ich kann's nicht ganz passen. Ich kann das nicht. Okay, danke, danke, danke. Das gefällt mir so schon deutlich besser. Ja. Nein! Ich hab mich verklickt! Ich wollt nicht in das... Ah! Ich wollt in das untere Loch. Und dann... Ah! Na, jetzt gewinn der das auch echt nur, Alter. Nur weil ich so ein scheiß... Weil ich so ein hässlicher Uhrensohn bin, Alter. Ich kann's nicht ganz fassen. Weil ich so ein Uhrensohn bin. Okay. Die liegt hier so schön. Ich kann's nicht fassen, Alter. Ja, scheiße. Komm, wir kacken. So, ich würd sagen... Ja. Damit hab ich heute alle Runden gewonnen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Musik